Was? Du hast den Fernseher eingeschaltet und im selben Moment ist in der Straße draußen das Licht angegangen? Es gibt zwar keinen Zufall, aber das war ein Zufall. Meine Oma hat auch den Mixer eingeschaltet und im selben Moment kam die Meldung von einem Erdbeben in China. Stell dir vor, das wird jetzt alles noch gleichzeitig vom CIA fotografiert. Was das kostet, da können wir uns einen neuen Mond dafür kaufen. Der alte, der wird ja schon langsam dreckig mit dem ganzen Weltraumschrott. Und der Staub in der Atmosphäre, der mannt man ja bloß, der wird dreckig. Also, passen Sie auf, wenn Sie Ihr Fahrradschlauch aufpumpen. Machen Sie die Augen zu, wenn dann irgendwo ein Gaswerk explodiert, das geht uns alles nichts an. Die Anzeige war in Ordnung. Ganz normaler Atmosphärenübergruck. Das ist ein Überdruck. Das ist ein Überdruck.